So, jetzt aber. Jetzt habe ich es also bestätigt. Jetzt bin ich Vereinsmeister. Ja, vielleicht mache ich demnächst noch ein bisschen so einen kurzen Bericht, was ich gespielt habe. Ich muss das erst noch mal wieder im Kopf sortieren. Wir haben wie gesagt... Ich muss das noch mal wieder im Kopf sein.